Ein allerletztes Mal, ich habe keinen Bock mehr mit dir ausrunde. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt mit meiner echten Stimme reden. Hä? Falls ihr noch nicht mitbekommen habt, ich habe jetzt mittlerweile einen Zweitkanal für Stream, Highlights, Reactions, Realtalk und sonstigen Kram. Checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung und folgt auf jeden Fall bei diesem wunderbaren Twitch-Highlight-Kanal rein, meine Freunde. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ciao. Ciao, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mein Gott, mit der was... Mann, ich werde sonst taub, Alter, ehrlich mal. Also, Leute, ihr seht es gerade. Moment, Leute, ihr seht es gerade, ich bin momentan unsichtbar. Das liegt tatsächlich daran, dass ich hier im Itemshop den Code Revinzeit eingegeben habe, meine Freunde. Denn damit wird man tatsächlich unsichtbar, wie ihr hier sehen könnt. Aber Evi, Evi, wenn ich du wäre, würde ich meinen Foto den Creator-Tag angeben. DJ, auf ein. Okay, wenn ich du wäre, würde ich jetzt zehnmal schreien, nutzt Creator-Tag Revinzeit. Zehnmal. Zehnmal. Ich trage jetzt hier deinen ein. Nutz Creator-Tag Revinzeit. Nutz Creator-Tag Revinzeit. Nein, wenn ich schmerze, schmerze ich aus. Okay, alles klar. Wir machen uns einfach bereit, Leute. Ihr seht es, wie gesagt, mit meinem Creator-Code werden wir unsichtbar in Fortnite. Ja, habe ich. Mein Gott, lass mich jetzt in Ruhe meinen Creator-Code promoten. Leute, wir spielen heute eine Runde, wenn ich du wäre. Und Alphastein und ich haben noch nie gemeinsam, wenn ich du wäre, gespielt. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz aus, wie es läuft. Ihr wisst vielleicht, dass Alphastein und ich extrem gute Freunde sind. Ja, wir sind die meisten Freunde, die ich... Oh, du bist süß. Baby, wenn ich du wäre, würde ich in Tomato-Tempel landen. Ach, Mann, niemand landet in Tomato-Tempel, Alter. Ich habe gesagt, wenn ich du wäre. Okay, Alphastein, wenn ich du wäre, würde ich in Lonely Lodge landen und dann zu Fuß zu mir laufen, ohne eine Waffe aufzunehmen. Du Hund. Was? Ich mache doch du. Ja, und? Ja, bist du dumm. Ja, kann ich ja nichts für. Ich rotze die alle weg. Ich werde sie zeigen. Wo muss ich landen? Ja, in Lonely Lodge. Alles klar. Denk dran, keine Waffe aufnehmen, mein Freund, ne? Ja. Ja, direkt zu mir kommen. Das wird eine nice Runde. Ja, ich chill natürlich, klar, Stein. Wenn ich du wäre, würde ich keinen Shotgun aufheben. Hä? Fürs ganze Spiel jetzt für die ganze Runde jetzt nicht? Ja, alles mal nicht. Später vielleicht. Hä? Ja, dann sag doch direkt, wenn ich du wäre, bring dich um, Alter. Dann habe ich direkt verloren. Ey, die Flugzeuger sind weg. Haha. Äh, Alphastein, wenn ich du wäre, würde ich jetzt innerhalb von 5 Minuten bei mir sein und mir 100 Material bringen. 200 Holz? Ja. Wie easy. Wir machen hier ganz entspannt, Leute, ne? Wir dürfen natürlich nicht zu krass bereits anfangen. Wenn ich du wäre, würde ich mehr die Waffe übrig lassen. Kein Problem, ich habe für dich ein Jagdgewehr. Hey, das ist Irrmann. Ne? Eben. Boah, die Shotgun hier muss ich einfach liegen lassen. Ist das dumm, ey. Wenn ich du wäre, Alphastein, würde ich jetzt ganz kurz ein Lied über, ähm, Schmocki singen. Mach ein Bild. Ja, dann such dir einen. Du hast doch einen Soundpost oder sowas. Ich bin jetzt hier an drei Shotguns vorbeigelaufen, Alter. Kann ich jetzt bitte wieder Shotguns aufnehmen? Äh, doch nicht, nein. Mann, ey, Junge. Okay, okay, okay. Sag, was du für Waffen hast. Ich sag dir nicht. Ich habe mir die, Raketen und so ein Schnellschutzjagdgewehr. Ja, diese Raketen halt, die immer so schießen. Wenn ich die Waffe, würde ich mir das geben. Okay, liegt hier oben. Liegt hier oben, gib mir das. Ja, komm her, hol's dir. Gehst du das jetzt? Nein, das liegt alles da vorne. Aber das ist aber nicht zu frech. Dafür muss ich meine... Habt ihr zu weg, Junge? Wer bist du? Mann, Stein, dafür muss ich meine anderen Waffen hinlegen. Die beiden sind Menschen. Ja, natürlich sind... Du musst dich mit Respekt behandeln. Du krank. Nee, mir geht's extrem gut. Wie geht's dir? Wo ist die, sag? Da oben. Ey, Junge, das ist eine Schusswaffe. Ja, ich habe dir gesagt, Raketen. Du hast gesagt Raketenwerfer. Du hast gesagt Raketenwerfer. Nee, das hast du gesagt, Kollege. Dann darf ich jetzt Waffen aufheben? Ja, darfst du jetzt. Darf ich den Shotguns aufheben? Ja, darfst du auch. Ja, Ehrenmann, danke schön, geht doch. Okay, Stein, wenn ich du wäre, würde ich jetzt ganz kurz ein kleines Gedicht aussagen, dass ich der beste YouTuber der Welt bin. Ja, ich muss kurz googeln. Wie, googeln? Nein, musst du nicht, machst du selber. Du kannst doch wohl reimen. Nein. Natürlich kannst du reimen, Alter. Jeder Mensch kann reimen. Was ist mit dir? Evi, du bist ein Mini. Ja. Aus dir kriegt man Energie. Ja. Fertig, du hast nicht gesagt Lagerrei. Da vorne war ein Gegner hier Richtung... SW, alles klar. Wenn ich so lange würde, würde ich... Über uns, Gegner. Nicht sterben. Ich habe keine Zeit, um zu sterben. Oh mein Gott. Der ist super low, der ist super low, Stein. Oh mein Gott, Alter. Zieh durch, zieh durch. Zieh durch, zieh durch, zieh durch. Ja. Hä? Er hat mich durch die Wand gekillt. Hä? Stein, der ist ein Bot. Wenn ich dumm wäre, würde ich das holen. Wenn ich dumm wäre, würde ich das holen. Wenn ich dumm wäre, würde ich das holen. Es geht nicht. Stein, der will mich unbedingt finishen. Der ist low. Komm, das schaffst du, das schaffst du. Stein. Nein. Der hat mich gefil... Nein. Ja, okay. War dumm. Nächstes Mal erlaubst du mir einfach Waffen zu nehmen. Du Spacken, ey. Wenn ich du wäre, würde ich mir diese Runde nur freundliche Aufgaben geben. Das geht nicht. Warum geht das nicht, hä? Dann sterbe ich schnell. Nein. Junge, du bist so eine Missgestalt, Alter. Lass uns jetzt mal eine vernünftige Runde spielen, Junge. Was soll denn das? Nein, nicht diese. So geht das nicht. Was für nicht diese? Wenn ich dumm wäre, würde ich in Töte Towers landen. Du bist so ein Witzer, Alter. Was ist denn daran positiv, Junge? Junge, wenn du jetzt stirbst, Stein, das wäre so dumm, Alter. Nein, ich doch nicht. Wenn ich dumm wäre, würde ich nicht mal die Schiffstaste benutzen. Junge, das ist so dumm, Alter. Wie sollen wir hier eine Runde anständlich spielen, Junge? Nee, Digga, es hat Schmisse. Ja, Alter, Stein, ich kann dir nicht helfen, wenn ich nicht sprinten kann, ne? Ja, Digga, komm, es ist komplett belastend, ist komplett belastend. Ich kann dir nicht helfen. Ja, schade, kann ich jetzt nichts dran ändern an der Stelle. Ach Junge, es ist ein Ninjas Fader, oder? Mann, ey! Mit so einem Scheiß, Alter! Wenn ich dumm wäre, würde ich ganz gut auf Twitter posten, dass alle meinen Creator-Code benutzen sollen. Ja, warum nicht, Digga? Ich brauche auch mal eine Miete, Stein. Ich muss auch gucken, dass ich irgendwie über die Runden komme. Ja, dir geht's doch gut. Guck mal, du machst ein Video die Woche, das reicht doch. Wenn ich du wäre, würde ich mal die DPI hochstellen bis zum ersten Kill. Halt's Maul! Ja, komm, bis zum ersten Kill, hohe DPI. Okay, hab ich gemacht, ja, super. Gibt keinen. Direkt vor uns, ne? Direkt vor uns, Stein. Hey Mann, du Affe! Was bist du? Du Hubschon! Ich werde damit gar nichts treffen, Alter, ist dir bewusst, ne? Ich treffe aber. Und aufs Gegner. Let's go! Ach Junge, du Missgeburt, Alter. Ja, Digga. Hab einen. Das ist die B-Wuttermache. Fack schnell, Gegner, komm. Hä? Ich war komplett drauf auf ihm. Wo bist du, Alperstein? Ich hole gar die Gegner. Ach Junge, du Affe, Alter. Ich pusch rüber, du puschst. Mann, ich hab keinen Bock mehr mit dir zu spielen. Du Missgeburt, Alter. Du Trottel. Ich baue eine Ramp und was machst du? Rennst in die andere Richtung und du sp***st die. Lern mal spielen, du sch***. Die Müllmü... Stück Sch***, Alter. Ja, wenn ich du wäre, weil es sch*** lief, landen wir jetzt gemeinsam ins Stoppischholz. Was? Da landet nie jemand, Alter. Das ist saulangweilig. Wenn ich du wäre. Ja, schön, wenn ich du wäre, würde ich direkt mit meinem Fallschirm ins Wasser fliegen und sterben, Alter. Okay. Mann. Was ist jetzt? Nein, wir landen jetzt hier beim Wikingerdorf. Das hole ich. Baby. Oh mein Gott. Warte, warte, warte. Ich hatte gerade ein richtiges Problem, Digga, mit meiner S***-DPI, Alter. Ich hab sie immer noch nicht richtig eingestellt. Oh mein Gott, der ist mir gut. Baby. Ja, Digga, ich komme. Wo ist denn der? Da hinten, warte, beim Wasser, beim Wasser. Hä? Was? Wenn ich du wäre, würde ich allen Loot liegen, lass mich hochziehen. Alphastein. Ey. Bring dich die Regeln. Ach, Junge, du bist so ein Affe, Mann. Wenn ich du wäre, würde ich sagen, dass ich der beste Spieler der Welt bin. Du bist der beste Spieler der Welt. Dankeschön. Bitte. Ich wusste das. Wenn ich du wäre, würde ich sagen, abonniert alle Alphastein, damit ihr die eine Million Abonnenten knackt. Danke. Junge, das ist dreist. Das ist dreist. Abonniert alle Alphastein, damit ihr die eine Million Abonnenten knackt, Leute. Ihr habt es gehört. Abonniert alle Alphastein. Abonniert jetzt alle Alphastein. Ganz knapp noch 10.000. Ehrlich, jetzt nur noch 10.000? Ja. Okay, krass. Ja, Leute, dann macht wirklich mal jetzt. Ja, dann ganz ehrlich, jetzt auch mal, ohne wenn ich du wäre, Leute, gönnt dem armen Jungen rein. Oh mein Gott, bei mir sind Gegnersteinen. Bei mir sind Gegner. Du Hornsohn. Missgeburt, Alter. Wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt die nächsten 20 Kills vorbereiten. Doch. Doch. Wenn ich du wäre, würde ich das Ganze durch 10 richten. Okay, die nächsten 2 Kills, mir egal. Okay. Wenn ich du wäre, einfach Stein. Würde ich ganz kurz warten. Verf***te Scheiße, warum hat er sich in die Richtung bewegt? Mann, warum schießt du denn auf ihn, du Idiot? Oh. Ich hab ne Sch*** Sniper, du Trottel. Hey, Junge. Mann, ich hasse dich so sehr, Digga. Ich dich auch. Wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt das Leben nehmen. Okay. Nein, es war ein Witz. Bleib hier. Hallo, Boxhilfe. Oh mein Gott. Dein Teammate beschießt mich. Ich hab wieder Mats. Wieso krieg ich keine Mats? Hä? Man kriegt normalerweise Mats, wenn man jemanden killt. Nein. Bibi. Hey, Junge. Digga, du bist so unnötig, Alter. Warum gehst du denn... Ich bin schwer. Warum counterbildest du nicht, du Missgestalt, Alter? Ey, Alferstein. Weißt du was, Digga? Wenn ich du wäre... Ein allerletztes Mal... Ich hab keinen Bock mehr jetzt mit dir ausgenommen. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt mit meiner echten Stimme reden. Hä? Ja, red mit deiner echten Stimme. Nein. Doch. Nein. Alferstein, rede mit deiner echten Stimme. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt mit meiner echten Stimme reden. Okay. Ja, komm, sprich. Nein. Alferstein, halt dich an die Regeln. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt mit meiner echten Stimme reden. Wenn ich du wäre... Ich hatte gesagt, ihn würde ich mit einem Stein kaputt machen. Alferstein, sprich mit deiner echten Stimme jetzt. Nein. Ich schwöre dir... Juhu. Okay, nice. Alferstein, du verstirbst gerade gegen die Regeln, ne? Wenn ich du wäre, würde ich jetzt mit meiner echten Stimme reden. Ich hatte gesagt, ihn würde ich mit einem Stein kaputt machen. Alles klar, Alfersteiner, verpiss dich. Komm, es hat keinen Sinn. Ja, ja, ja. Ja, witzig, witzig, Alter. Einfach nur, einfach nur... Leute, ich werde nie wieder mit Alferstein, wenn ich du wäre, auf dem 1. ist er der schlechteste Mitspieler der Welt, 2. hält er sich nicht an Regeln und 3. ist er einfach kurz vor der Million. Also abonniert ihn, einfach nutzt meinen Creator-Code. Belastend. Einfach nur... Einfach nur belastend. Du bist einfach ein belastender Mensch und ich banne dich jetzt vom Server. Verpiss dich, Alter. Leute, das war's von diesem Video. Macht's gut. Lasst einen Daumen nach oben da. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.